Die Katholische Bibelföderation, kurz KBF, ist für mich ein Memozettel am Kühlschrank der Kirche, um daran zu erinnern, dass das Wort Gottes unser tägliches Brot ist. Die KBF ist ein Hirn, das mir denken hilft, denn wenn ich allein bibelpastoral vor mich hinarbeite, kann nur so viel herauskommen, wie mein eigener kleiner Horizont fast. Aber die KBF denkt und handelt weltweit. Und weltweit, das ist katholisch. Die KBF ist für mich ein anziehendes Gesicht der Kirche. Ich habe darin tolle Menschen kennengelernt, deren Herz, so wie meines, für die Bibelpastoral schlägt.